Erinnert ihr euch noch daran? Ich reagiere auf eure Deckprofile Spice-to-Deck-Challenge. Ne Bruder, eigentlich nicht. Das war mad funny. Wie wär's mit mehr davon? Ja, da bin ich schon dabei. Da zeige ich dir mal mein Deckprofile, was ich hier rausgauen habe. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass diese tolle, nette Mütze von Ultimate Guard gesponsert wurde, dann habt ihr recht. Dann zeige ich euch mal, wie ihr niemals wieder ein Duell verlieren könnt. Und das ist ganz, ganz einfach. So, zuerst einmal die Mathe. Ihr könnt natürlich eine ganz normale Konami-Matte spielen, aber die Karte heißt Topf des Wohlstands und damit zeigt ihr einfach, dass ihr Richard als die anderen machen. Das ist schon mal ein guter Indikator, damit ihr auf jeden Fall gewinnt. Was ich auf jeden Fall immer spiele, ist die gute Deckbox. Aber die Deckbox ist halt Müll und deshalb gibt es das Upgrade. Und deshalb gibt es das Upgrade. Das sieht einfach so aus. Upgrade, das ist nämlich die Flippin' Tray von Ultimate Guard und eure Würfel. Wenn ihr die benutzt, einfach Schmutz. Kauft euch zumindest ein Pack, um irgendwas sinnvoller zu spielen. Oder wenn ihr ganz, ganz cool seid, reist ihr die Vergangenheit zurück, nehmt dann mit dem Event teil und spielt einfach den richtigen Würfel, damit ihr auf jeden Fall nicht mehr verlieren könnt. Was viele auch noch machen, was ganz freudig ist, ihr spielt einen Blog, wo ihr draufschreiben könnt. Leute, wir leben in der Zukunft. Schreibt auch so ein Ding, da müsst ihr nie wieder Papier wegschmeißen. Ist doch viel, viel besser. Und wenn ihr mal gegen ein Deck spielt, gegen die Münzen spielen müsst, spielt auf jeden Fall immer diese Münze hier, denn die ist aus Holland und damit werdet ihr niemals gegen The World verlieren. Und wenn ihr gegen euch das nicht glaubt, dann glaubt ihr einfach nicht. George! Dann kommen wir zum wichtigen Teil, nämlich den Feelcentern. Ihr habt verschiedene Choices, was ihr für Feelcentern spielen könnt, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ein professionelles Feelcentern habt, damit jeder weiß, wer ihr seid. Eins, worüber ihr nicht reden wollt. Die drei Götter, damit die Leute denken, wo ihr seid richtig Fan. Und so seid Anime-Fokus, ob ihr ein Voll-Competitive-Spieler seid. Dann spielt ihr jetzt zweimal Olibaba, weil Olibaba einfach broken ist. Jetzt haben wir schon die zweimal. Dann das eine Nibiru-Token, denn wenn ihr den einmal gespielt habt, wird euch gegen euch nie wieder Nibiru'n, denn der Nibiru wird er nicht mehr kommen, denn er hat so Angst vor der Equipeness von dem Ding hier, dass ihr niemals euch Nibiru'n wirnt, denn das kann gar nicht passieren. Und dann werdet ihr mit dem Deck auch nicht gegen Nibiru verlieren, denn das wird dann niemals mehr passieren. Natürlich, weil ihr Duelanden seid, braucht ihr natürlich eine Einleitung zu, könnt ihr natürlich Duelanden sonst. Könnt ihr einfach gar nicht mitspielen. Aber dann kommen wir jetzt zu dem Deck, wozu ihr heute da seid. Dann spielen wir dreimal den Flam Waffolo, weil es einfach der beste Starter ist, die Karte ist ganz nice. Und weil es ein Salamanguade-Deck ist, spielen wir dreimal den Parallel-Exit-Dragon, weil wir alle Karten auf drei spielen, außer die Salamanguade-Monster, weil das die aktuelle guten Karten sind. Und dann spielen wir noch zweimal Lady Debug, damit jeder uns fragen kann, wo ist der dritte Lady Debug. Dann spielen wir nach der Bandlist zwei Fuchsie und zwei Spinnie, weil wir jetzt halt Level-3-Axis haben zu Rang 3, wie wir mit denen mehrere Stellen machen können. Und natürlich die eine Lonely-Karzelle, das ist die beste Karte, deswegen schützt sie auch überall den anderen, weil es einfach eine gute Karte ist. Dann kommen wir zum nächsten Teil, denn das Deck könnte eigentlich auch One-off-Pile heißen. Denn wir spielen ein Jaguar, ein Falco, ein Federvieh, das sind unsere letzten Salamanguade-Monster. Die machen nicht wirklich viel. Der macht Piercing-Damage, btw, nur als Fun-Fact. Die Karte kann übrigens keinen Linken-Monster bronzen, das wäre sehr dumm, weil ihr verdient einen Monster und ihr habt keinen Monster auf dem Feld. Ganz dumm. Die Karte ist eigentlich nur dafür da, um halt ein Monster zu sein. Mehr macht die Karte nicht. Dann kommen wir zu den Level-3-Monstern, Ecclusia, die btw kein Cybers-Monster ist, das ist ein wichtiger Fakt, Backup-Secretary und Archivar. Das sind Level-3-Monstern, die wir free-spashen können, alle gut, um halt auf Mirage-Stadio zu gehen. Aber den nicht in der Runde beschwören, indem ihr den Trends-Kontakt machen wollt, denn ihr seid nicht dumm und wollt OTK, deshalb macht ihr den dann nicht. Aber das ist btw ein Feuermonster. So, und wir können natürlich Handrap spielen, da spielen wir natürlich dreimal Ash, weil beste Karte. Zweimal Bailer, weil ihr keinen Platz mehr habt, weil wir 40 Karten spielen wollen. Und das ist halt eine gute Ratio. Weil wir mit unseren Chartern eröffnen möchten, spielen wir natürlich noch dreimal Sinet Mining. Gute Karte. Und nach dem Trend des Wornhauts, ein Kreis, ein Heiligtum, ein Will und eine Monster Reborn, damit ihr nicht an einer Normansamen sterbt, wenn die getötet wird. Das ist ja nämlich ziemlich beschissen, deshalb spielt ihr die alle jeweils einmal. Und weil wir Blackburn nicht mögen, spielen wir Cosmic Cyclone. Beste Utility in dem Format ist, btw, mit Cosmic Cyclone einfach die Ritual-Spelle von Dragthorn zu bändischen, dann macht ihr nämlich gar nichts mehr und ihr habt gewonnen. Dann spielen wir zweimal Zorn, einmal Gebrö, die Karte ist einfach besser als die. Fangen wir nicht vor rum, das ist einfach so, das ist ein Fakt. Und dreimal für die Budget-Spieler, Infinite Permanence. Wenn du ihn nicht hast, spielt Interessant Vailer und dann spielt keine Ahnung Upside oder so ein Scheiß. Und das war das 40-Karten-Main-Deck, auf jeden Fall eine sehr gute Choice. Dann spielen wir im Exit-Deck natürlich dreimal Bailings, ich meine, jetzt um wir nicht zu spielen. Und natürlich dreimal Sunlight Wolf. Und dann spielen wir noch einmal, ganz wichtig, Linguribo, damit die alle den falsch aussprechen können, denn da heißt nicht Ling-Q-Ribo, das ist Linguribo, ganz wichtiger Funfact. Dann spielen wir OTK-Combo, Schwalmaria, Update-Jammer, Transcord und Axis-Cord. Alle vier wichtig. Den könnt ihr eigentlich cutten, aber der ist trotzdem halt wichtig, dass ihr ihn spielt, damit ihr halt die Kombi mit zwei Karten machen könnt und hier Axis-Cord für zwei Angriffen machen könnt mit dem und einem anderen Cybers-Monster. Ist also not bad. Hengst! Weil die Karte einfach zurück auf 1 ist, gute Karte. Funfact, wenn ihr die Karte aktiviert habt, könnt ihr nur Feuereffekte aktivieren, also seid nicht dumm und danach nur noch Feuereffekte benutzen, sonst könnt ihr das nicht machen. Also den Effekt benutzen, wenn ihr OTK an wollt, sehr dumm. Dann haben wir noch einmal Abyss-Reller, der tötet halt viele Lecks im Format. Wir spielen keinen Boguska, by the way. Das größte Meme, by the way, ist das, was ich nie spiele. Vielleicht findet ihr das ja heraus. Dann spielen wir den einen Firewall-Dragon, weil wir es können, weil es ein Cybers-Tech ist und die Karte einfach schlecht ist, aber ich finde sie, wie ich finde. Und einmal den Shadow, der ist ein Rang-3x-C-Monster und das ist das beste Rang-3x-C-Monster, neben Stahlio. Und die kannst du für eine Viro beschützen. Da haben wir ja geklärt gehabt, wenn ihr das Token spielt, werdet ihr niemals gegen Viro holen, deswegen braucht ihr ihn eigentlich nicht, aber der ist halt funny, weil er da ist. Noch eine ganz kurze Frage, vor dem Ende des Videos. Wie viele One-Hoffs habt ihr gezählt? Gute Frage, ne? Ich sag's euch hin. 3, 2, 1... 12. So, ein bisschen serious, das Deck ist eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, Gurk hat ein bisschen Spaß bei dem Video und lasst natürlich dem Video, was ihr jetzt hier gerade seht, ob das jetzt meins ist oder Gurks Video, vollkommen egal, unten auf jeden Fall mal ein Like da lassen, für den geilen Content, den ihr gerade hier seht. Bis zum nächsten Mal, da rein. Ciao, Leute. Ganz, 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 ganz geiles Ding. Bis zum nächsten Mal, da rein. Bis zum nächsten Mal, da rein. Bis zum nächsten Mal, da rein.